Okay. Mhm. Das war nicht mein Handy. Nein. 25 rüber. Äh, 25 habe ich und ich darf nur... Ich brauche nur 3. Ich muss die da rüber kriegen. Was habe ich denn zur Auswahl? Eine Brücke bauen. So. Hm, ich sehe die Schwierigkeit. Ich muss sie genau hier bauen, dass sie da hochlaufen, weil die nicht springen dürfen. Dann muss ich das hier wegmachen. Wie mache ich das denn am besten? Na, hier ist ja die ganze Zeit Sturm. Dann muss ich eigentlich hier runter bauen und dann hier so einen Weg hoch bauen. Da komme ich wahrscheinlich nicht durch. Schätze ich jetzt einfach mal. Okay, dann starten wir nochmal. So müsste das eigentlich sein. Dann springen sie eigentlich nicht. Richtig. Dann muss das hier weg. Dann hier runter. Ach, bitte springen da nicht. Natürlich springt er da. So. Von hier aus dann da rüber. Dann da weiter rüber. Hat ausgereicht. Sehr schön. Da hoch wollen wir ja nicht, habe ich gesagt. Und rüber. Das müsste eigentlich ausreichen, oder? Ja, ich dachte gerade, die fliegen da jetzt wieder hoch. Yeah. Mal wieder nicht so blöd angestellt. Ja, schlimm, wenn ich mich in jedem so anstellen würde, wie eben. Ja, komm. Eine Gelegenheit, mal was zu trinken zwischendurch. Ich bin mir ja noch unsicher, wie viele Level es gibt. Weil ich habe mich bisher ja noch nicht so gut angestellt mit solchen Denksachen. Aber mal gucken. Ich meine, habe ich genau die Anzahl durchgebracht, die wir brauchten. Das ist auch schon mal viel wert. Ähm. Was ist das? Äh. Okay. Habe ich damit jetzt den Windblock hier unten? Ich habe mich aufgepasst. Ich habe mich aufgepasst. Was habe ich damit gemacht? Habe ich gleich so viel. Musst du den einmal bitte darüber? Ja, das geht natürlich nicht. Kann ich den jetzt einfach darüber hauen? Den Wind wollte ich eigentlich nicht blockieren. Wahrscheinlich so. Und dann... So. Nein! Schnell! So. Ah, okay. Ich glaube, es war aber auch ganz gut, dass ich den blockiert habe. Die werden ja jetzt alle wieder da hochgedingst. Das ist cool. Ach, aber umso schwieriger mal wieder. Bisschen schneller. Du kommst ja schon mal rüber. Nee, nicht so viel sterben. Hm. Hm. Das hat nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay. Ähm. Das machen wir einfach nochmal. Der Anfang war ja schon mal nicht schlecht. Er kann da ja schon mal runter. Ah. Okay. Äh. Ach, danke. Ja. Schön. Das machen wir einfach nochmal. Wir machen das einmal. Nein. Einmal. So. Und einmal. So. Ha. Jawohl. Das war natürlich geplant. Und so. Jetzt die Frage, wie kriegen wir die nach weg. Hm. Man sollte eigentlich da rüber, aber... irgendwie... will der da nicht rüber. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Wie komme ich denn da runter? Also hier rein. Ähm. Reicht es nicht, wenn ich... einfach gegenpustere? Naja, reicht es halt nicht. Ah, doch. Das reicht. Okay. Oh, ich habe noch genug. Oh, der Ballblock hat meins ja auch. Ich wollte auch eigentlich die Pflanze haben. Und da habe ich mir gedacht, ach komm, probierst du aus, ob das so auch geht. Und... Oh. So. Und so. Perfekt. So. Dann kannst du schon mal... Du schon mal da rüber. Und du kannst... gegenpusten. Das ist ja schon mal gut. Und dann kannst du da schon mal rein. Äh, nee. So. So ist richtig. Du brauchst da bitte eine Brücke rüber. Ich bin mir nicht sicher, ob das reicht. Das reicht niemals. Los. Los. Das ist doch nicht euer Ernst. Dankeschön. Wollte gerade sagen, da ist doch wohl genug Wind, dass ihr da jetzt rüberkommen solltet. Da sind drei Blumen, oder was? Ja, da springe ich bestimmt runter. Ja. Da springe ich bestimmt runter. Ähm. Das gefällt mir. Dass die da alle schon mal oben bleiben. Denke ich. Ich muss also die beiden Luftlöcher am besten zukriegen. Die sollte mich ja eigentlich nix töten. Das ist, ich kann ja schon mal runter. Gott. So. Dann kann ich ja einem sagen, hier zumachen. Ja, natürlich. So wollte ich das. Ja, hey. Hey. Oh, Mann. Habe ich noch andere Möglichkeiten? Ich könnte natürlich auch einfach gleich einem sagen, hier. Ah. Toll. Dann macht das weg und ein anderer baut da rüber. Das ist natürlich sehr viel gebracht hat. Hat er anscheinend auch nicht gemacht. Soll ich dann da runter? Nee, sag mir nicht schon mal gerade sagen. So. Nein, noch nicht da hoch. Okay, das heißt, ich muss einem sagen, da rechts rüber. Wow. Jawohl. So. Rüber. Das ist schon mal gut so. Wo hängen die denn jetzt? Wo? Hier ist so ein ganz kleiner Luftstrom. Der hält euch jetzt auf. Ist das euer Ernst? Ihr fliegt aber nicht hier hoch, oder? Ach, ihr fliegt schon ins Ziel. Das ist auch nicht viel besser. So. Jetzt aber. Los. Runter mit euch. Hier kann noch gar kein... Warum? Ist das deren Ernst? Wo kommt da denn noch Luft durch? Hier und da. Runter da jetzt. Ich glaube, es hackt bei euch. Da solltet ihr eigentlich auch nicht lang. Egal. Das ist doch nicht euer Ernst. Hier kommt doch gar keine Luft durch eigentlich. Mache ich jetzt auch noch zu. Was soll das denn? Da wollte ich das nicht haben, aber okay. Wo solltet ihr das eigentlich hier haben? Wo solltet ihr das eigentlich hier haben? Roll doch nicht darüber! Ich weiß nicht, wie man die kontrollieren kann. Wann die groß und wann die klein werden. Könnte man das natürlich auch einfach machen. Die da einfach runter. Zwingen. Pech gehabt. Machen wir das halt auf meine Art. Mann! Mann!